ja hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von South Park der Startarbeit und ich sehe keine schöne Aufwertung zur Verfügung haben um das war nicht mit Spaß ich habe auch gemerkt es hat nicht richtig gebreitert heißt wir müssen um jetzt und so ist geschlagen oder wie ihn an der Nähe die ich aber da geht auch nicht gut vor ja so dummheit klar aber ich kann haben die umgekehrt Sehr schön. Nein, dann nehme ich. Sei es vielleicht alles verloren gegangen. Ich mach mal das Sound schon leiser. So, ja was. Ja, tun wir mal ändern. Ich tue hier Feuer drauf. Bogen nehme ich meinen Gurenbogen. Tun wir mal ändern. Plitz drauf. Hier was, die große Robe. Da war's glaube ich gleich 4 Wochen. So, wir sollten in Jimbus ganz. Heute habe ich immer noch ein bisschen schnupfen. Ach, übrigens ähm, wenn ihr das so laut hört, das meine Tastatur, denn ich habe heute beim Stream mitgemacht von mir. Weißweiß. Und da habe ich jeweils mitgespielt und währenddessen auch ein bisschen so, ähm, was anderes. Deswegen, ich sie so jetzt ein bisschen ausgenutzt. Der PC ist jetzt auch wieder kühler. Dadurch, dass ich jetzt, äh, den, einfach den nicht mehr überlastet habe. Ja. Äh, lol. Da hat es komplett mit dem Text mitgesprochen. Verbrauchsgüter. Wo ich das nicht... Behalte ich mal. Kostümflicken. Behalte ich. Kram. Hast das überhaupt noch zu verkaufen ist? Was sag mal, ich bekomme so viel Geld davon. Jetzt hört man mal schnell was im Hintergrund. Boah, ich habe so viel Kram dabei, den ich nicht einfach nicht brauche. Da, Stapel verkaufen. Stapel verkaufen. Kaufen. Ausrüstung. Gasmaske. Waffenaufsätze. Ähm, brauchen wir nicht Waffen. Die Armbrust. Oh je, die ist richtig. Ne, die Schlechtheit meiner. Die Armbrust. Fert, ne, ja. Fert. Erschöpel 14. Dann. Chimala. Garten. Ne, mal die Gartenmaske an. Garten. Tours. Gemeindetum. Okay, ich konnte es nicht genau lesen, was da stand. so dass wir jetzt bei der softpark das hier sehr schön noch mal hier haben wir gerechtigkeit sehr schön und das hat sauber gepocht und endlich dann tue ich mal wieder mein ich nehme trotzdem das hier ich nehme hier wieder sehr schön und richtig stark erwischt und nochmal sehr schön sehr schön dann lupen wir hier die Tasche was ist denn das da oben Klosterpudermütze was kann die nee, die ist nicht gut was ist eigentlich Cartmans Mütze Check Pokémon Check Pokémon ja kann ich helfen was ist das oh die L-Stick again hang on a second ja danke für die message Traveler ich mache Haste zu Koopa Keep Mom kann ich mich zu Erik w w w w Wo liegt denn eigentlich, ähm, hier erstmal Home? Dann erstmal, wo wohnt denn Craig? Okay, ich bin hier. Das heißt, geh jetzt bis zur Straße da vorne hin. Geh hier runter und dann rüber. Das heißt, ja, dann hier runter. Oh, das ist der gerade. Da sind welche. Sehr schön. Oh. Der hat ein Schild. Lass den. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Nice. Ein schonmal weg. Er hat Konterhaltung. Ja. Der hat das, das hat der da, der hat die Dinge und der da hinten hat auch nicht so gute Dinge. muss hier rüber und das graue Haus gucken mal was da drin ist ich werde jetzt mal kurz einen Cut machen weil oder ne ich lass mich im einen für überraschen da sie sich hier wieder und wir gucken uns nächste Haus okay da können wir keine Sitzung nicht ein weil hier sind die Schönen drin die man eigentlich eher später kriegen sollte wieso läuft eigentlich in jedem Haus der Fernseher das ist echt so sehr schön suck oh schade okay jetzt hat er noch mal so gut jetzt kassiert er wieder den Rest sehr schön sehr gut so alle einfach mal richtig gut besiegt sie okay wer nicht weiß was bedeutet den Finger gezeigt das bedeutet den auf gut Deutsch gesagt den Stinke Finger so da kraft man so aus 1 den hier brauchte nicht zum Laufen und braucht wie es bei dir so wie es der das muss noch mal sehen Wir haben keine Hoffnung, dass wir zurückkehren. Wir müssen ihn ausbrechen. Ah! Nein, Mann! Das letzte Mal, dass wir Kraig ausgetauscht haben, wir alle in die Probleme haben. Gehen in die Probleme ist ein Risiko, das Douchebag ist bereit. Okay. Wir müssen uns ausbrechen, Douchbag. Aber keine Angst, ich werde nicht aufpassen. Ich werde euch lernen, wie zu benutzen. Magik. Wir treffen uns in der Trainingsbarrack. Es ist Zeit für euch lernen. Dragonshaut. Okay, die Spur hat gerade verschoben. Du kämpfst gut, Douchebag. Aber um wirklich in der Kampf zu erreichen, musst du lernen, die Kraft des Farts zu verhören. Farts auf einen Opponenten in genau die richtige Zeit ist das Geheimnis für die Krieg. Ich zeige euch, wie es ist. Aber zuerst, muss man den Gentleman's Oath. Du solltest nicht, immer, auf jemanden Farts auf jemanden Farts. Okay? Farts auf einen Opponenten ist notwendig, aber auf jemanden Farts ist nicht cool. Du verstehst? All right. Dann beginnt ihr Training. Für Dragonshaut. Für Dragonshaut. Du solltest erst einmal in die Geheimnis und in die Gefahr durch deine Butt. Wie so. Dann, es rumble in dir. Und... Dragonshaut. Ich sage dir that again. Ich sage dir that again. Target in. 爐ig werden. Dragon. Jetzt mal kurz stopp. Also für alle die es nur nicht kapiert haben. ihr drückt links klick das heißt die Prozent ihr gegrückt tut dann mit A und D nicht so jetzt durch mal laut machen die sollen her machen so ihr tut mit Artikel nach links und mit D nach rechts weil ihr dann von links startet ich glaube es immer so geht ja mit D nach rechts in die Mitte also probiert dann in Mitte zu haben dann halt die links und weiterhin links klick gedrückt halten und dann sobald das anzeigen hier rechts klicks so könnte das machen damit ich nicht jetzt falsch versteht er hat er hier in der Regen mit der Stärkung Kredite der Paprika Kredite der Tragen bei der Kampagne der Lärmsteil ist gelade wie er hat So, jetzt muss man zeigen, links klickt zu den Karten, dann geht mit D nach rechts, so in die Mitte und dann rechtsklick. Okay, good job Sir Douchbag, that was sweet. Thanks Princess Kenny. That's all for now. Hahaha, okay, but dude seriously remember, don't ever do that on someone's balls, okay, seriously. You have master dragon straps. From now on it will be easier for you. Ach, ähm, noch was? Er hat hier gerade ein böses Wort zu ihm gesagt. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Das steht hier irgendwo Kenny. Sprüchte irgendwo Kenny. Da ist sie. Gegenstand entfernt, sehr schön. Mit P? Ah! Ne. Warte, das ist ein bisschen besser, was kann ich jetzt? How much I'm going... The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans. But Paladin Butters lets me be a square on the fly. Paladins seek justice for all races. Okay. Okay. Ah, mit G. So, ich mach's so mit G. Oh, jetzt weiter. Er ist geistig, wie man's meint. G. Und. Genauso macht man's. Boah, ich will die Waffe von ihm haben. Boah, das ist richtig abnormal. Hammer, der Stürme einfach. Er bekommt ein Schild ab, aber er bekommt richtig gut damage. Dann greife ich den hier mal an. Der wird direkt dadurch sterben. Der nicht, aber der bekommt jetzt etwas ab. Und zack. Oh, zu spät. Ach, nein. Ach, jetzt hat's wirklich nicht funktioniert. Und. So, den schau mal drauf. Oh, ich wollte dir die Kirche zeigen. Dann looten wir die jetzt mal schnell. Oh, ich wollte dir die Kirche zeigen. Der steht nur da, macht nix. So, dann... Speichern weh hier hier jetzt mal. Hat das vor... Nein, schade. Egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich hab die vierte Folge jetzt gefallen. Ja, dann beim nächsten Mal gehen wir schon in die Schule rein, um Craig von Nachsitzen zu holen. Und, anwolle ich sagen, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin, ciao.